Not in my name, ich hatte vor über 20 Jahren meine Bemiswa hier in Österreich und ich kann es nicht ertragen, wie die österreichische Regierung eine rechtsextreme Regierung in Israel weiterhin supportet und hier den Völkermord nicht anspricht. Es ist Völkermord nach UN-Konvention. Not in my name. Über 14.000 Kinder sind gestorben. Wir als Jüdingen haben eine Verantwortung, keinen Genozid zuzulassen, um das anzusprechen. Vielen Dank.